Alexandrov hofft auf Angebote aus dem Ausland. Er gibt das Unumwunden zu, sagt, ich möchte mich noch einmal mit einer guten Leistung in Barcelona der Öffentlichkeit präsentieren und dann hoffe ich, dass sich irgendwas tut. Die Nenna Grudnova, auch sie springt einen Yurchenko. Allerdings die zweite Flugphase nicht optimal, auch mit einem leichten Haltungsfehler. Er sagt sich immer so leicht, ich weiß schon, verehrte Zuschauer, aber das alles zählt ja nun einmal und wenn die Beine nicht ganz geschlossen sind, schon beim Anflug an das Gerät, dann gibt das natürlich Abzug. Wobei auch nicht immer gewährleistet ist, dass die Kampfrichter das alle mal sehen. 9,8,1,2 Das ist ihre letzte Übung im Rahmen des Q4-Kampfes. Der war besser, der war wesentlich besser, dieser Sprung. Und da wird man noch einen drauflegen müssen auf diese 9,8,1,2 des ersten Durchganges. Da kam sie besser zum Abdruck und konnte...